Ja, immer noch bei Eingriff von Moritz in Kaltenkirchen, wieder hier von Element 2 und hier sehen wir gerade einen Testfahrer auf unserem Titan 7.5. Und ich denke, man kann gut sehen, wie schnell dieses Kajak unterwegs ist und vor allen Dingen, welch super kleinen Wendekreis es hat. Rückwärts geht natürlich auch. Da macht es wirklich Spaß, hier zu schauen. Das Ding liegt wirklich ... 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